Die Healer sind auch für nix zu gebrauchen hier. Bis der Dudu Reis sind wir durch. Vermutlich. Der ist aber wieder da. Jetzt musst du nur noch reinkommen bevor wir fertig sind. Sechs Bosse liegen schon. Von rechts? Sechs Bosse von rechts? Ja. An der Wand. Wieso springst du da auch rein? 100 Gold ne? Was hat dich dazu verleiht da rein zu springen? Wie gesagt 100 Gold. Ja stellt Karsten Chris. Du hast schon wieder. Die 100 Gold waren ansprungen genug. Willst du damit sagen meine Preise sind überzogen oder was? Doch ich scheiße mich hier gleich ein ey. Ich lege aber nicht an den Mobs. Der Jäger der macht gar nichts. Der Kirsch nur. Oh er hat's gemerkt. Oh er hat's gemerkt. Das ist jetzt doch wieder was machen wir. Also kein AOE wir machen vorher den noch. Also nicht auf... Dicht auf die Eier schlagen. Dicht auf die Eier schlagen. Schlagt mir nicht auf die Eier. Ja. Einfach draufhauen. Nichts beachten. Wir wollen schon auf die Phase abwarten. Die Phase die zu zweit nicht aber schon gebucht hat. Ja war das gut zum ausschauen. Ich werde zwei Elementare spawnen. Ja jetzt ist die Spoiler-Eilart. Dauer. 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 Untertitelung. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.